Ich bin sehr glücklich in diesem Job. Es ist das Weiterhelfen. Ja, das ist das, was mich vor allem glücklich macht. Die Leute weiterbringen. Das, was die Zusammenarbeit im Team ausmacht, ist Wertschätzung und Kollegialität. Auch ein sehr offener Umgang, also Kritikfähigkeit. Dass man auch Kritik fordert. Unsere niederschwelligen Angebote richten sich an alle Menschen. Jeder ist bei uns willkommen. Es kommen oft Menschen in Notlagen oder schwierige Lebenssituationen zu uns. Weiterbildungsmöglichkeiten schätze ich bei mir sehr viele Möglichkeiten, selber das auszuwählen, was ich merke, was mir für meine Aufgabe, aber auch mir als Person entspricht. Das Angebot vom Sozialwerk Sieber ist sehr breit abgestützt. Es gibt beispielsweise das Fachspital, es gibt das Gassenkaffee, Notschlafstelle, Sozialberatung und noch vieles weiteres mehr. Grundsätzlich geht es um Erschliessung von Ressourcen für Menschen, die uns gelangen. Das kann in materieller Form sein, wie z.B. medizinische Grundversorgung oder Transfer von Wissen. Es kann materiell sein, mit Abgabe von Essen oder Kleidern usw. in der Untertitelung.